So, da sind wir wieder. Ja, für mich ist jetzt gerade ein bisschen längere Zeit verstrichen. Zwischen meinen Aufnahmen. Ich glaube, hier war aber der Part auf jeden Fall zu Ende. Ich glaube, ich habe das letzte Aufnahme, also den letzten Part mit der letzten Aufnahme beendet. Ich glaube, ich muss hier zurückgehen, ne? Deswegen bin ich ein bisschen auf dem Schlauch. Bei der Frage, was ich eigentlich machen muss. Ja. Komm her, und da. Take down. Wie ich es immer sage, ne, ne. So, denn, da. Ja, du Mistvieh, ähm. Bämst. Einfach mit der Schrot erwischt. Hier war ja gerade auch noch Schrotmulik zu, deswegen. Hatte sich das angeboten. Wobei die, die, ja. Tschu. So. Äh. Also, passt hier. Hab ich, da habe ich keine Munizu mehr. Raketen, ja gut. Brauchen wir jetzt eher nicht. Da haben wir nicht mehr so viel. Ja. Hast du mich doch erwischt? Nee, das ist ein anderer. Okay. Hätt vielleicht hier mein... Wie? Mein Sprit. Nehmen sollen. Verdammt, das Feuer hat mich trotzdem erwischt. Ähm. Hä? Kommt ihr denn schon wieder her? So. Zersibeln wir den einfach und haben wieder ein bisschen Muni. So, ich habe das Gefühl, bei dem darf ich nicht drin landen. Frage ist nur... Alter. Kommt ihr denn immer wieder her? Respawn, die Viecher. Ja, anscheinend schon. Gut, dann springen wir einfach mal runter. Ah, verdammt. Ah. Okay. Aber das extra Leben haben wir gekriegt. Und hier unten war einfach eine Lücke. Irgendwie sowas musste ja hier sein. Ich dachte nur vielleicht was zum Festhalten. Okay, äh. Hinten vielleicht noch? Okay, das ist gerade so... Wow, verdammt. Oh, take down! Sehr schön. Das war mal gar nicht so schlecht. Krieg ich denn das Ding jetzt kaputt? So, habe ich kaputt. Okay. Okay. Ähm. Wir fallen jetzt darüber. Das ist ja hier eine X-Karte. Guck mal, da unten ist noch... Da ist noch was. Das heißt, ich muss hier wieder runter. Ah, nee, das habe ich eingesammelt. Das war das Leben. Okay. Das nicht verwirren lassen. Ähm. Gut, da dran springen. Und jumpen. Ich hoffe, das reicht dann auch von der Entfernung, um da hinten rüber zu kommen. Ach, hat gereicht. Ich hätte einfach gedacht, ich hätte nochmal einen Doppelsprung. Hatte ich aber nicht. Weiter, weiter. Sieht noch spaßig aus. Das sieht noch spaßig aus. Da ist wieder so ein Titane. Kleine Autobahn. Uh, hier gibt es wieder so ein... So ein Coin. So, gut. Ähm. Bäm. Und dann darauf. Können wir hier rein? Döp. Wäre auch komisch. Okay, ähm. Einfach mal eben gucken. Gut, dann kommen wir hinterher dann hoch. Wir müssen nur hier so rumgehen. Da unten. Da waren wir gar nicht gewesen. Weil wir einen Sprung hingekriegt haben. Okay, wahrscheinlich nur, wenn wir dann verkackt hätten. Was ist denn eigentlich hier? Warum waren wir denn da nicht? Achso, das kommt noch, ne? Der Bereich. Joa. Ist ja echt nicht klein hier. Da ist noch ne, ähm. Batteriezelle. Zack. So. Soweit. So gut. Was sind das denn da wieder? Auch irgendwelche Tentakeln. So, jetzt müssen wir eben hier Timing abpassen. War auch gar nicht so schwer, wie ich's gedacht hätte. Sieht auch irgendwie so verdächtig aus, aber hier ist sonst nix. So war, ups. Nur da hin, aber nicht von hier oben oder so, ne? Ne. Und eben die Batteriezelle einsammeln. Ich sehe, dein Blutopfer von heute dient einem besseren Morgen. Aber nicht meinem Morgen. Das ist das Problem an der Sache. Naja. Nein. Mach ich nicht mit. Ich leb gerne. Oh. Ja, so ein Ding ist halt hier, ne? So ne Rune. Du erhältst noch kein Tempo-Boost. Die haben wir schon. Ähm. Was will ich denn überhaupt noch haben? Hm. Na ja, machen wir das. Zumindest freigeschaltet. Nutzen tun wir's eh nicht. Ich hab eh keine Ahnung, wie ich die Runen wechsel. Also, ähm, benutze hier, ne? Von daher. Ist egal. Mal ein bisschen Schrotmunition hier haben. Wir waren momentan im Kleinen bin ich ruhig, ne? Ja. Das ist ein Löt für die Einer wieder. So, wenig Munition. Aber hier lag doch Munition. Wisskerl. Äh. Noch einer, was zu Kamellen. Ich hätt noch ein bisschen was. Ob hier. Anscheinend nicht. Nicht schlimm. Aber wir sind doch wieder voll Munition. So, muss ich wieder in die grüne Suppe, oder? Da links kommen wir ja nicht durch. Äh. Wo komme ich denn da jetzt, Junge? Wo komme ich denn da rein? Okay, von hinten. Wie komme ich denn da hinten ran? Moment. Da rein. Hier. Warum ist das schon grün? Kann ja eigentlich nicht sein. Also, wir müssen hier runter. Durch die Suppe. Das ist nur die Frage. Wohin? Dann da einfach gerade hier so runter in das Kampfdienst springen? In die Suppe? Dann da rauf? Sag, sag, sag. Ja, könnte sinnvoll sein. Oh, hier ist ein Fass. Ähm. Mal ein bisschen Munition holen. Ups, da ist gerade getingelt. Da kam gerade mal eine neue Errungenschaft. Hades. Für die Switch. So. Hatte ich so nie auf dem Schirm das Spiel. Aber hab dann gesehen, dass da anscheinend recht beliebt sein soll. Okay, komm. Für die 30 Euro guckst du dir nochmal an. Ich weiß nur noch nicht, da geht's ja gar nicht runter. Der ist ja dicht. Das ist jetzt gerade irgendwie so mein Problem. Da, wo ich gedacht hätte, da lang und in die Suppe rein. Ach nee, Moment hier. Hm? Ah, da. Da ist ein Knopf. Ja, jetzt geht auch die Fratze da auf. So, hallo. Okay, äh. Runter scheint hier das Motto zu sein. Will ich aber gar nicht. Ah, verdammt. So. Das hat mich gedacht, würde in die Hose gehen, aber hat tatsächlich funktioniert. Bäm. So, da ist so ein Dingens. Aber da unten, da muss doch was sein. Das ist so ein Podest. Ach, das ist nur, falls ich... Ah, okay. Schon gewundert, dass da nichts versteckt war. Ähm. Das ist also nur, falls ich in die Suppe lande, damit ich auch wieder hochkomme. Naja. Gut, das ist jetzt eher so die leichtere Übung hier. Da muss ich auch irgendwo hinkommen. Bleib. Warum hältst du dich denn nicht feste? Warum hat er sich nicht festgehalten? Also, es gibt auch keinen anderen Zuweg da hin. Bäm's. So. Äh. Okay. Nicht ganz so wie gedacht. Aber halt nicht unmöglich. Ein Stück höher. Hallo. Gibt's denn wieder ein Coin? Danke. Ähm. Ja, ich muss denke ich mal wieder da dran. Oder? Irgendwie auch nicht. Hat wieder nicht so funktioniert, wie ich das gedacht habe. Oder gewollt habe. Sagen wir mal so. Hüpp. Bäm's. Da dran. Da dran. Aber jetzt anders. So. Direkt von hier. Das war einfacher. So. Ein starker Dämon. Da hinten. Da hinten. Moment. Ich kann keine Munition mehr. Verdammt. Äh. Ja. So. Und hier. Deckdown. Danke, Herr starker Dämon. Für die ganze Munition. Rüstung. Und was ist das alles so gerade? Hast droppen lassen. Bäm. Durch die Wand. Und den Schlüssel geholt. Blauer Schlüssel. So. Die von hier sind wir hochgekommen. Da müssen wir mit dem blauen Schlüssel durch. Gibt's ja sonst nix. Tatsächlich. Wer hat sich den Tricks hier ausgedacht? Guck mal. Da ist ein Fragezeichen. Fragezeichen. Wie komme ich da hin? Hm. Von oben wohl eher nicht. Da sehe ich auch kein Durchkommen. Also hier runter und dann irgendwie von der Seite irgendwie. Von da unten macht das ja keinen Sinn. Ja. Aber jetzt hier so da. Seitlich vielleicht. Nee. Hm. Kommt ja nicht wieder hoch. Oh, wie muss man noch da hinkommen? Hört doch von... von da unten. Ja, wie mit einem Supersprung, was weiß ich, Schleudergedöns. So. Ja, hallo. So, zumindest den haben wir schon mal erledigt. Bämst. Ach so, hier ist ja auch offen. Ach so, das war der einzige Kampf? Das ist ja schon fast eine Enttäuschung. Na, verdammt. Ich hätte ja nicht gedacht, ich hätte genug Sprit und so. So, jetzt kommen wir hier durch. Also, hä? Ach, das waren die Dinger. Schon vergessen. Ich könnte jetzt einfach darüber jumpen, ne? Aber hier ist ein Fragezeichen hinter, also gehen wir auch hier rein. Ah. Eine Vinylplatte mit einem Häschen drauf. Ah ja, okay, okay, okay. Ah, jetzt kommen wir auch da oben. Rein. Ah. Jetzt hatte ich mich ja gefragt, wie komme ich denn da dran? Äh, äh. So. Jetzt kommen wir hier hoch. Wihiii. So. Da sind wir auch hier. Sonst war, da, genau, da war ja noch so ein Fragezeichen. Da hinten. So. Allihoppa. Äh, äh. Da. Doch, geschafft. Yay, haben wir wieder so ein... Figürchen. Ich sammle wieder so Figuren. Also, in Retail. Äh, tete. In so einem Spiel ist es mir ja relativ egal. Aber wenn ich sie mitnehmen kann, nehme ich sie auch mit. Hallo, jemand zu Hause? Ist hier jemand? Ist so ruhig hier. Kann ja schon alle Dämonen ausgemerzt haben. Ich will nicht in das dünke Loch. Bei einer anderen Wahl habe ich ja auch nicht. Ich dachte, der... ...wird, ähm... ...gerade laufen. Der ist für Rüstung immer wieder gebraucht. Ah, da ist auch Rüstung. Aber man muss es nur sagen. Oh, ein Geheimnis gefunden? Oh, nicht schlecht. So. Hier kriegen wir nochmal ein bisschen was geschenkt. Nehmen wir mal die Batterie. Bams. Haben wir hier eben schon mal... ...davor... ...kann sein. Haben wir den Schlüssel hier. Achso, das ist... ...das war ja gar nicht so der richtige Weg. Das war tatsächlich jetzt einfach nur so ein... ...du kannst hier noch gerne hingehen... ...und noch was holen und machen... ...aber du musst nicht. Ah, ja. Also diese Hausaufgaben machen wir eh nicht. Hm. Batteriezellen haben wir. Drei Stück sogar. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich... ...nicht hier. Da unten wäre auch noch Rüstung, aber Rüstung ist voll. Den da mag ich gar nicht. Moment, 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 Moment. Wer schießt da gerade von wo überall? Da unten ist noch einer. Boom. So, wenig Munition. Das ist natürlich immer eine schlechte Voraussetzung. Ähm. Die können wir das Ding hier nehmen. Damit habe ich hier gegen die Brustung geschossen. Ich kann nicht... ...winden Sie harus vermittelt. Oh! Oh, ja. Bis zum nächsten Mal.